Sie haben sich für die Marke Lindner entschieden und ich möchte dazu recht herzlich gratulieren. Ich habe ihr die erste Vorstellung, die praktische Einschulung gemacht hier auf dieser Höhe von 1200 Metern. Und aus welchen Grund habt ihr euch für die Marke Lindner entschieden? Wir haben gesagt, wir wollen ein österreichisches Produkt haben und der Lindner wirkt für Qualität und wir wollen einfach ein kleines Gerät haben, wo wir im Winter und im Sommer für unseren Betrieb, unsere zwei Betriebe und für die Landwirtschaft arbeiten. Super. Also ein Schwerpunkt für ein Einsatzgebiet ist einmal Winterdienst wahrscheinlich, Schneeräumen. Ja. Und eine beschickende Hopschnitz-Lanlage. Oh ja. Und sonst alles, was hat es auch für die beiden Betriebe. Ja, genau. Uns freut es natürlich sehr, dass Sie sich da eben für unser Produkt entschieden haben. Für ein österreichisches Qualitätsprodukt zehrt uns natürlich, dass auch nicht nur der Landwirt, sondern auch Patoniers sich für die Marke Lindner entscheiden. Ja, dann hoffen wir es auch. Wünsche. Viel Glück damit und eine gute Fahrt. Ja, danke schön. Danke dir. Danke. Ja. Danke. 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 Danke.